Hallo, ich bin der Huna und ich mache die Lehre zum Kunststoffwandel bei Havel. Zu meinen Aufgaben gehören zum Beispiel das Einstellen und das Rüsten von Spritgussmaschinen, das Überprüfen der Qualität und das Beheben der Störungen der Maschine. Die Schnuppertag haben mir sehr gut gefallen und deswegen ist die Entscheidung nicht sehr schwer gefallen, dass sie da anfangen. Am besten gefällt mir, dass die Lehre sehr abwechslungsreich ist und dass wir Prämien für gute Leistungen in der Berufsschule. Servus, ich bin der Lukas und mache die Lehre als Elektrotechniker. Meine Lehre ist sehr abwechslungsreich und ich komme im ganzen Werk herum und bin nicht immer am selben Platz. Meine Aufgaben sind das Entstandhalten und Reparieren von Maschinen und Anlagen. Das Klasse ist auch, dass wir bei uns in der Firma Ostern und Weihnachten Geschenke kriegen und wir gemeinsam diverse Ausflüge machen. Hallo, ich bin der Armin und mache die Lehre zum Metalltechniker. Die Lehre unterteilt sich in Zerspannungs- und Maschinenbautechniker. Zu den Aufgaben gehört zum Beispiel CNC drehen, bohren, fräsen, pfeilen und vieles mehr. Zudem kriegt man in der Lehre viele Einblicke in verschiedenen Abteilungen. Am meisten gefällt mir das selbstständige Arbeiten und dass wir von der Firma einen Vorbereitungskurs für die Berufsschule zur Verfügung gestellt bekommen. Wenn dir unsere Lehrberufe dauern, dann komm vorbei, wir freuen sich auf dich. Wir sehen uns beim nächsten Mal.